In Wien gibt es viele Kirchen, findest du nicht? Das stimmt. Es gibt viele katholische, aber auch orthodoxe Kirchen. Ich bin katholisch und gehe am liebsten in die Kirche am Hof im ersten Bezirk. Wenn du Zeit hast, komm mit. Danke. Ich bin nicht religiös, aber ich komme gerne mit. Zeig sie mir. Ich war auch einmal mit meinem Freund in der russisch-orthodoxen Kirche im dritten Bezirk. Die Kirche heißt Kathedrale zum heiligen Nikolaus und ist wirklich schön. Ich war leider noch nie in einer orthodoxen Kirche, aber ich war schon einmal in einer Moschee, weißt du? Wirklich? Das wünsche ich mir auch. Wo ist die Moschee? Es gibt eine im 21. Bezirk in Floridsdorf. Meine gute Freundin Mariam ist Muslimin. Sie zeigte die Moschee sicher gerne. Morgen sehe ich sie im Deutschkurs. Wunderbar. Das freut mich. Frag sie dann bitte. Es gibt aber auch eine schöne Synagoge in Wien. Kennst du sie? Sie heißt Stadttempel und ist im ersten Bezirk. Sie ist sicher auch sehr schön. Jordan ruhig. Ich bin 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 bin. szins. firsten